Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ist natürlich nicht das Motto unseres Geschichtskanals, sondern das Motto der unheimlich erfolgreichen Gaming-Reihe Assassin's Creed. Wer da schon mal im Hoodie den Todessprung gewagt hat und aus den Tempelrittern so richtig gezeigt hat, der weiß bestimmt schon alles über die geheimnisvollen Assassinen, die fanatischen Attentäter und begnadeten Meuchelmörder wie Altarir Ibn Laat oder Ezio Auditore da Firenze. Oder vielleicht doch nicht? Am besten vergesst das alles lieber. Und ihr braucht das Spiel sowieso nicht zu kennen, um dieses Video hier zu verstehen. Denn in diesem Video geht es um die echten Assassinen, die wahre Geschichte der Gruppe. Und das ist mindestens genauso spannend wie die Gameserie. Die Assassinen sind ein besonderes Phänomen. Bis heute stehen sie für politische Morde, für Attentate. Einer ihrer Anführer, Rashid al-Din Sinan, genannt Der Alte vom Berg, taucht in Dutzenden Romanen auf. Er ist das Sinnbild für einen manipulativen Anführer seiner Sekte, der seine Anhänger durch Drogen und Versprechungen zum absoluten Gehorsam zwingt, sodass sie für ihn ohne zu zögern in den Tod gehen. Geheimnisvolle Anführer, Tod, Versprechen, Sekten, Drogen. Genau das ist der Stoff, aus dem Legenden und Geschichten gestrickt werden. Die Faszination der Assassin's Creed-Reihe wird wahrscheinlich niemals enden. Es zählt zu den meistverkauften Videospiel-Franchises aller Zeiten. Zumindest der erste Teil gilt vielen als historisch korrekt. Was er nicht ist. Gut, dass wir doch einiges über die Assassinen wissen. Historische Fakten. Für die Geschichte der Assassinen müssen wir ein bisschen ausholen. Alles beginnt, als der Prophet Mohammed, der Stifter des Islam 632, stirbt. Eine Gruppe hält Mohammeds Schwiegervater Abu Bakr für den rechtmäßigen Nachfolger des Propheten. Die andere ist der Meinung, Mohammeds Cousin und Schwiegersohn Ali solle Kalif, also religiöses und weltliches Oberhaupt der Muslime, werden. Letztere Richtung heißt Schia, die Partei Alis. Als Schiiten stellen sie heute die zweitgrößte Konfession innerhalb des Islam. Die Schiiten wiederum spalten sich in verschiedene Gruppen auf. Für unsere Geschichte sind die Ismailiten interessant. Sie gehen davon aus, dass die wahre Botschaft des Islam, der Kern des Glaubens, nicht jedem zugänglich ist. Nur durch den Imam, den Nachfolger Mohammeds, erfahren Eingeweihte den wahren Islam. Die Ismailiten senden Missionare aus, die denen, die darauf hören wollen, den wahren Glauben beibringen. Das geschieht im 8. Jahrhundert nach Christus. Aus Sicht der vorherrschenden Strömungen handelt es sich irgendwie um eine Geheimlehre. Die ismailitische Richtung ist aber recht erfolgreich und breitet sich vom heutigen Irak über Ägypten und ganz Nordafrika aus. Sie runden ein Kalifat und der Kalif sitzt in einer neu gegründeten Stadt, dem heutigen Kairo. Als sich die Söhne eines Kalifen im späten 11. Jahrhundert um die Nachfolge streiten, spalten sich wiederum einige Gläubige ab, die nach dem einen Sohn Nizar Nizariten genannt werden. Diese Spaltung wirkt sich nun aus, denn in dieser Zeit missioniert ein gewisser Hassan-i-Sabach in Persien. Er ist ein geistlicher Führer, der im Untergrund für die ismailitische Richtung wirbt. Und das sehr erfolgreich. Hassan ist aber auch ein erfolgreicher Politiker. Im El-Burs-Gebirge, also im Norden Persiens, südlich des Kaspischen Meeres, können er und seine Gefolgsleute einige Burgen an sich bringen. Damit üben sie dann auch eine Herrschaft über das angrenzende Gebiet aus. 1090 nehmen die die Burg Alamut ein. Auf dieser eigentlich uneinnehbaren Festung wählt er seinen Sitz, und von hier aus regiert er sein kleines Reich und sendet weitere Missionare aus. Wie kann Hassan Alamut einnehmen, wenn die Festung eigentlich uneinnehmbar ist? Ich sagte ja schon, der Mann ist ein erfolgreicher Politiker. Eine hübsche Summe Bestechungsgeld hat den Burghauptmann überzeugt. Die Burg ist bisher ein Stützpunkt der Macht, die den gesamten Großraum von Kleinasien bis nach Afghanistan beherrscht. Der Seljuken. Die Seljuken sind Sunniten und sie freuen sich weder über das kleine Reich im Reich, das Hassan aufgebaut hat, noch über die Glaubensausrichtung der Ismailiten. Später wird sich Hassan dann sogar den Nizariten, also noch einmal der kleineren Abspaltung, anschließen. Die Assassinen gehören also der Glaubensgemeinschaft der Nizariten an. Sie sind praktisch deren besondere Kämpfer. Die Seljuken jedenfalls sind Hassan, Isabach und seinen Leuten militärisch weit überlegen. Auf der einen Seite platt gesagt ein durchorganisiertes Großreich, auf der anderen Seite so ein paar Radikale, die sich in den Bergen verstecken. Da müssten Hassan und seine Leute erfinderisch sein. Im Jahr 1092 begeht der Großvisier Nizum al-Mulk, der das Seljuken-Reich führt, öffentlich das Fastenbrechen im Ramadan. Da tritt ein Bittsteller an ihn heran. Das ist erst mal nichts Ungewöhnliches, dass sich die Armen an die Mächtigen wenden. Der junge Mann hat allerdings nicht nur eine Bitte, sondern er trägt auch einen Dolch bei sich, mit dem er den mächtigsten Mann des mächtigen Reiches ersticht. Ein politisches Attentat, von langer Hand geduldig geplant und kaltblütig ausgeführt. Ein Attentäter, der sich mit einem Dolch an sein Opfer heranwagt, der muss damit rechnen, dass ihm nach der Tat die Flucht kaum glücken kann. So wird der junge Mann praktisch der erste Assassinenmörder der Geschichte geschnappt und getötet. Auftraggeber des Attentats ist Hassan Il-Sabach. Er wird diese Taktik immer wieder einsetzen, um gegen die Seljuken zu bestehen. Wie die z.B. eine ismailitische bzw. nezalistische Gemeinde zerschlagen, schickt Hassan einen Attentäter los, oder mehrere. Diese Männer sind Profis. Sie gehen sehr bedacht, sehr planvoll vor. Sie schleichen sich als Schläfer ein. Teilweise verbringen sie Monate in der näheren Umgebung des Opfers, bevor sie die richtige Gelegenheit für gekommen halten und zuschlagen. Jedem Gegner, und das sind v.a. die Sunniten, tritt die kleine Glaubensgemeinschaft entgegen, indem sie versucht, dem Feind den Kopf abzuschlagen. So werden lokale und überregionale Führungspersonen gezielt angegriffen. Wenn die Quellenlage stimmt, sollen unter Hassans Anführerschaft 50 Attentate geglückt sein. Diese Anschläge sind zugleich sehr öffentlichkeitswirksam. Dass die Attentäter dabei fast zwangslos wie selbst ums Leben kommen, nützt dem Image der Nizariten. Sie gelten als Leute, die bereit sind, für die Sache zu sterben. Wer legt sich schon gern mit solchen Typen an? Dass Hassans Herrschaft besteht, liegt nicht nur an seiner Assassinentaktik, muss man allerdings sagen. Hassan, der 34 Jahre lang von Allermut aus herrscht, kommt die politische Großwetterlage zugute. Diese Tschuckenherrschaft wird geschwächt, denn nach dem Attentat auf Almulks ringen mehrere Anwärter um die Macht. Gleichzeitig tritt eine neue Macht in der Gegend auf. Die Kreuzfahrer. Sie gründen 1099 verschiedene christliche Fürstentümer in der Gegend. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Findet ihr einfach, wenn ihr oben auf das i klickt. Im Jahr 1102 schickt Hassan Gesandter aus, die auf dem Gebiet des heutigen Syrien ein neues nizaristisches Zentrum aufbauen sollen. Die Gegend eignet sich dafür ziemlich gut, denn an der Küste sitzen die Kreuzfahrer. Sie halten die sunnitischen Mächte auf Abstand. In den Bergen im Landesinneren sitzen die Nizariten. Die Burg Massef kommt natürlich auch in Assassin's Creed vor. Im Jahr 1162 übernimmt Rashid al-Din Sinan dort die Führung. Kleiner historischer Funfact, weil er sehr eigenmächtig handelt, werden von der Zentrale in Allermut aus offenbar auch Attentäter gegen Sinan losgeschickt. Sinan, der in Europa bis in die Gegenwart hinein nur als der Alte vom Berg bekannt ist, herrscht 30 Jahre lang. Geschickt taktiert er zwischen den Kreuzfahrern und dem sunnitischen Sultan Saladin, der in Ägypten und Syrien regiert. Zeitweise zahlt Sinan den Kreuzrittern Tribut. Sinan und seine Leute werden auch zu Werkzeugen im Ringen um die Region. Zum Beispiel wird Konrad, der König von Jerusalem, bei einem Anschlag getötet. Wer dahinter steckt, ist ungeklärt. Sicher scheint, dass ein Attentäter Sinans beteiligt ist. Und es ist ebenso sicher, dass zwei Anschläge auf Saladin, die Sinan selbst beauftragt, fehlschlagen. Wie rekrutiert man solche Attentäter? Hier kommt jetzt sehr viel Mysteriöses in die seriöse Geschichtswissenschaft hinein und sehr viel zeitgenössische Bewertung dieser Methodik. Der Alte vom Berg soll eine ganz teuflische Methode entwickelt haben, um seine Attentäter vorzubereiten. Er soll die jungen Männer angeblich in wunderbare, verborgene Gärten stecken, wo sie alle Gelüste des Lebens, Wein, Weib und Gesang genießen können. Dann setzt er sie unter Drogen und entzieht ihnen das Paradies. Die Jungs sind natürlich völlig fertig und tun alles, wirklich alles, um wieder in dieses Paradies zu gelangen. So werden sie zu Marionetten, die der Alte vom Berg einsetzen kann, wie er will. Wer Assassin's Creed kennt, kennt auch den Todessprung. Angeblich sollen im echten Leben die jungen Assassinen auf Befehl des Alten vom Berg, ohne zu zögern, in den sicheren Tod gesprungen sein. Bei der Droge handelt es sich übrigens um Haschisch. Das Wort Assassine soll, so meinen es einige Sprachforscher, aber nichts anderes bedeuten als Haschischleute oder Haschischfresser. Was dran ist, weiß man nicht so richtig. Möglich ist, dass die Sunniten ihren sektiererischen Feinden diesen Schimpfnamen gegeben haben, der sich dann bei den Europäern einbürgert. Also, zusammengefasst, bei den Assassinen oder nennen wir sie lieber bei ihrem richtigen Namen, bei den Kämpfern der Nizariten, handelt es sich letztendlich um eine religiös-politische Gruppe, die sich einen Machtbereich, ein kleines Herrschaftsgebiet aufbauen kann und die sich für einige Zeit dort an der Macht hält. Gegen ihre übermächtigen Gegner entwickeln sie eine terroristische Taktik, die ihnen aber letztendlich wenig nützt. Denn auf einen Herrscher folgt der nächste. Erfolgreicher ist die Methode, die großen Mächte gegeneinander auszuspielen. Längere Zeit stehen die Nizariten unter dem Schutz der Kreuzfahrer. Als die besiegt werden, können auch sie sich nicht mehr lange halten. Die Assassinen stehen im Westen schon immer synonym für Selbstmordattentäter. Wie ihr jetzt wisst, geht es nicht um Selbstmord, sondern darum, bei der Durchführung eines Auftrags damit zu rechnen, dass man selbst nicht überlebt. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Aber die Legende der Assassinen ist in Europa übermächtig. Der Papst Innozenz im 13. Jahrhundert verbietet es, Assassinen für Attentate einzusetzen. In Wirklichkeit wird wohl in Europa kein Mensch von einem Assassinen umgebracht. Und die Assassinen spielen natürlich überhaupt keine Rolle im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg oder in der französischen Revolution wie in den Spielen. Aber das nur am Rande. Offenbar gehören sowieso nur eine Handvoll Europäer zu den Opfern. Denn die Zayriten kämpfen vor allem gegen ihre sunnitischen Feinde. Trotzdem, bis ins 19. Jahrhundert hinein, gelten die Legenden in Europa als wahr. Man muss außerdem auch sagen, dass die Geschichten von den legendären Attentätern nur in Europa kursieren. In der arabischen oder islamischen Welt sind solche Storys nie erzählt worden. Und übrigens, die niziristischen Herrschaftsgebiete in Persien und Syrien gehen im 13. Jahrhundert zugrunde. Im Jahr 1256 erobern die Mongolen Alamut. Dabei wird auch die große Bibliothek zerstört, die Hassan und seine Nachfolger angesammelt haben. Die syrische Herrschaft wird im Jahr 1273 durch den Sultan Baybars I. beendet. Die Niziriten dagegen gibt es noch heute. Karim Aga Khan IV. amtiert als 49. Iman der Gemeinschaft, der weltweit etwa 20 Mio. Gläubige, vor allem in Indien und Pakistan, angehören. Habt ihr diese Geschichte gekannt? Die Geschichte um die Assassinen? Nicht nur die Assassin's Creed-Cracks sind hier gefragt, alle. Und was spielt ihr sonst so? Und wie wahr sollten solche Games, die sich auf geschichtliche Ereignisse oder Personen beziehen, eigentlich sein? Was denkt ihr darüber? Ist euch das wichtig? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und wir haben schon mal ein Video gemacht zum Thema Videospiele und historische Fakten. Geht's um eine ganz andere Zeit. Schaut da gerne mal rein. Zusammen mit den Kollegen von Game Two haben wir das gemacht. Und direkt darunter findet ihr ein weiteres Video hier auf dem Kanal. Auch das solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 衝